Es ist immer schwer im Nachhinein, den Pass zu bekommen. Ich habe gewusst, dass es sehr eng sein wird. Einfach zwei Ballkontakt abschliessen. Dass es dann so schön reingeht, umso besser. Das Resultat spricht für sich. Alle drei haben eine sehr gute Trainingswoche gemacht. Die ganze Mannschaft hat dafür sehr hart gearbeitet. Das Resultat haben wir gesehen. Das Resultat ist eine sehr gute Trainingswoche. 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 Das Resultat ist eine sehr gute Trainingswoche.